Die Praktikanten sind nur am Kaffeekuchen und Excel-Liste am Abfüllen. Nicht in meiner Arbeit. Ich habe nicht nur hohe Ansprüche an mich selber, sondern auch an meinen Arbeitgeber. Ja, ich bin Praktikantin. Aber ich bin auch Teamkollegen, Sparingpartnerin, Entscheidungs-Trägerin, kreativer Kopf und vor allem auf Augenhöhe. Und zum Lachen gibt es auch genug. Wir gestalten die Versicherung von morgen mit. Bist du auch dabei?